An der Greystone. Lass uns mal nach links rüber wandern. Ja, wir wandern. Wir wandern. Und damit hallo und recht herzlich willkommen zurück. War ein Showdown. Oh. So einen langen Arm habe ich dann doch nicht, um die Alze zu schlagen. Guck mal, schönes Wasser hier. Greystone glaube ich nicht, dass der da... Oh, dann kann der die... Oder? Ich brauche immer noch Risse und so, ne? Ich höre aber was. Oder eine Mine auf jeden Fall. Ja, er ist zu hören. 155, oh hier ein Raben. Oh, vor uns. Nicht weit entfernt. Hab's gehört. Oh, ich treffe nix hier. Denk dran, ich brauche Nahkampf. Ja, aber... Ich muss doch nicht zu laut sein, wenn da drüben schon Leute sind. Oh, Mensch. Oh, Mensch. Ich weiß, ich seh da drüben nix. Vielleicht schon weitergewandert, keine Ahnung. Wo ist die drüben, die Stahl? Der scheiß Riss ist doch hier unten. Ne, brauche ich noch. Oh. Die sollen das jetzt wieder gehen hier mit dem Kackraben. Die setzen sie irgendwo... Immer direkt dahin, wo du eigentlich durch musst. Durch. Durch musst. Durch. Was ist das? kommen wir da hoch nächsten wären 330 circa 1 auf die blitze und da laufen sie sie sind nicht ich treffe die aber nicht mit meiner knarre mit der nagant ja ich habe leider nur die romero soll ich mit der romero auf die entfernung ich verstehe das nicht du weißt auch mit dem bullet drop die sind da hoch gegangen oder ist er da reingegangen ich fühle mich nicht sicher irgendwo da irgendwo ist ein raben hochgegangen wir wissen auf jeden fall dass wir jetzt hinter dem sind dann sind sie in die minen reingegangen wenn sie das pferd nicht auskommt ja die mann los der wird oben sein dann hoch vielleicht erwischen wir die tipis weise wir haben den schon rechts bei der höhle sind die wir wissen dass du da bist naja ich weiß habe ihn gesehen der ist hinter dem stein hinter dem stein ist er romero hit habe ihn noch einer da kommt noch einer noch einer noch einer das war der speer ne katana ach der hatte ich mit katana umgebracht dammit schön doch ja aber ich habe sie auch getötet ja ja ich habe getradet aber da war ich selber schuld jetzt weil ich habe gezielt mit der waffe und das ist insofern dumm weil ich eigentlich fächern hatte die hätte ich eigentlich locker weghellen können da aber naja egal ich habe zwei getötete jäger ich habe blutungsschaden gemacht ja 6 von 10 blutungsschaden schaut es bei deiner romero aus romero habe ich jetzt gar nicht geschossen ich meine jetzt von deinen wöchentlichen immer noch so wie vorhin ich habe mit der getroffen gehabt das kannst du knicken ach so hast du wohl dann lass mich mal gucken woche 3 war das war 265 von 750 hast du aber nicht gut getroffen du ne na zumindest gibst das mal zu ist auch schön es war auch wieder alles ein bisschen sehr was heavy da irgendwas hinzubekommen ich habe auch keinen bock auf die kack romero spielen hier aber ich muss ich muss ja so ja acht minuten ich mache euch mal eine pause rein und dann sehen wir uns in der nächsten ja im nächsten match wieder bis gleich so für euch geht es direkt weiter hier wie versprochen nächste runde allerdings ist es in der nacht ich muss irgendwo drüber krabbeln was ich muss irgendwo drüber krabbeln rechts runde stahl aufpassen den 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 Es ist aber auch dunkel hier. Lass uns mal 90 gehen, äh 60 rum. Kommen wir auch an den Wagen vorbei. Gesehen, Hunde. Oh. Achso, ich wollte gerade sagen, wo läuft der hin? Oh. 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 sie. Ich sehe sie ist in zwei. Okay nein das Ding ran war. Wenn du jetzt abwartest und der looted das teile kannst du den eigentlich wegballern? Zehn nicht. Ja Sound ist da. Die sind immer noch hier. Ich bin am Wagen aufpassen. Ja der leuchtet rot. Du hast dich verraten. Aber die wissen das nicht weil die haben den schon gelootet das teil. Okay die wissen es. So. So oben? Ja. Wo sind die? Weiß es nicht. Oh meine maus spinnt. Ich höre sie nicht. Oh nee ich kann so nicht spielen alter. So. Ich bin weg. Abgehauen. Guck mal was meine maus macht hier. Das ist unglaublich. Hacke. Ich sehe sie nicht mehr. Ja. Ja so kriege ich keinen Schuss weg hier. Die maus Dinger macht die sie nicht soll. Ich muss dann unbedingt neu starten. Ich glaube da ist noch jemand. Das ist der Zombie. Hast du gerade einen Zombie gehauen? Ja ja das bin ich. Ja ja das bin ich. Ja. 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 Da sind die aber abgehauen oder was? Glaub ich nicht. Die hängen irgendwo in der Ecke und warten. Lassen wir einen falschen Move machen und uns abhauen. 3,3 cm ca. Mist. Ah, ich dachte sie ist tot. Geht das auch mal weg hier? Ah, die sind noch da hinten. Hm? Äh, überall setzen sie die hin. Ich hase es echt. Ja, ich auch. Oh, die schicken Käfer. Ich höre den Käfer, aber ich sehe ihn nicht. Vor mir. Ja, im Haus drin. Oh, die schicken. Oh, die wusste genau wo ich bin Alter. Scheiße. Scheiße. Und ich habe gedacht das warst du der da getrappelt ist. Ja, der hat die aufgehoben. Ja, ich habe aber keine Probleme. Sehe ich. Ich fucke mich ab. Sehr schön. Der andere lebt auch noch. Pass auf. Nice. Nice. Jetzt hole ich mich schnell. Oder so erstmal genau. Einer war da auf jeden Fall. Ja, der hatte ich ja. Aber es sind mehrere. Es sind noch zwei da. Bist du das Zeug da weg um mich zu holen? Ich werde es versuchen aber. Jetzt aber.. Ja. Ja, versucht es jemand. Ja. 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 So. No. Oh. Ja. 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 Er ist auf einmal. Pass auf, da links hängt einer. Passt komplett abgebrannt ey. Da ist noch ne. Einer bei 30 auf jeden Fall, der ist näher dran. 60 und bei 345 ist einer. Ich glaube die eine hat gerade Probleme mit Dingen. Oben am Baum ist sie. Ja, der andere ist immer noch bei 60 circa. Was machst du? Sie läuft, sie läuft, ich bin hinten. Sie kommt. Von wo? Ja sie laufen. Die von vorne, von 15 circa. 15,30. Sie glaubt, ich bin da drin. Oder wir sind da drin. Psst. 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 Ich war irgendwo bei 15,30. Ich war irgendwo bei 15,30. kommt auf dich der andere ist noch bei 135 immer weg und auch 105 ich bin versuchen rauszulaufen wir müssen 315 circa wie viele dinge hast du noch wie für sich habe vier guck einmal ich sehe 90 90 ich habe gesagt ich gucke einmal und du guckst selber ach so ich habe verstanden guck einmal habe ich verstanden guck einmal achtung pimmelfische und nicht gerade wenige also nichts in der näheren umgebung zurück vorigen noch zu Achtung, hier sind Pfeilen. Ja, sehe ich. Aber schon ausgelöst. Hier schwebt ein Katana und ein Romero. Nichts in der näheren Umgebung. Äh, meine Sicht ist Ende, aber ist keiner da gewesen. Also es waren jetzt zwei Romero-Kills, was ich gemacht habe. Ja, und ich auch. Ich habe auch einen Romero-Kill gemacht. Sollte eigentlich heißen, dass wir jetzt gut vorangekommen sind. In der Runde. Das hoffe ich auch. Also die waren natürlich, das hat sich ja nach Fight angehört gehabt, wenn die dann natürlich ein bisschen runtergedongelt gewesen sind. Hm. Ja, aber ein bisschen was gebracht hat es trotzdem. Ich habe drei Gegner getötet. Oh, möglich. Nice. Warst du ja wieder richtig fleißig. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Hä, wann habe ich denn drei getötet? Oh, ich kriege fette Belohnungen hier. Oh, Eventpunkte 2000. Danke, Spiel. I love you. Das heißt, du hast dann irgendwelche Aufgaben fertig gemacht. Jawohl. Das bedeutet welche? Ich gucke jetzt mal. Sag erstmal Tschüss zu deinen Zuschauern, falls du die Aufnahme nicht vergessen hast. Ja, ja, ich habe sie nicht vergessen. Ähm, ich habe Romero fertig. Oh Gott sei Dank. Töte Monster im Nahkamp-Folge auch fertig. Dann sag mal Danke zu mir. Dankeschön. Ich habe aber auch mit Romero was erschossen. Es kann auch sein, dass meins erst gezählt hat noch zuletzt. Du hast bestimmt keine 500 Punkte mit dem Romero gewonnen. Das ist mir nicht so.